Herzlich Willkommen zurück zu MSP meine Lieben und wir sind hier immer noch in derselben Runde und beim letzten Mal seid ihr schon so krass eskaliert hier mit den ganzen Anfragen und mit den Geschenken nochmal an der Stelle vielen, 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 vielen Dank dafür, ihr seid wirklich absolut die aller, 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 aller geilsten dieses Planeten Leute, ne? Das ist ja echt der Hammer, ich gucke mir hier mal wieder die ganzen Stasi an, ne? Ja, äh, wir haben ja beim letzten Mal während der Folge noch ein Level Up gemacht, das heißt, wir können ja heute gleich mal wieder ein paar Freunde annehmen und endlich sehe ich auch hier meine Freundschaftsliste mal wieder, äh, oder halt die Online-Freunde und da warten bestimmt auch so ein, zwei Nachrichten auf mich, aber vorher möchte ich nochmal einen Status raushauen hier für die ganzen Leute, ihr seid ja der Hammer, danke für alles. So, und deswegen machen wir hier nochmal einen Shoutout an alle Leute da draußen, an euch, an die Zuschauer, ne, die da immer dabei sind. Mann, ich muss einen Schluck trinken, ey. Das wird mir alles dann zu krass. Ich bin eben nur am rumschreien, ey. Das ist ja wohl der Megahammer. Wieso kriege ich jetzt einen Film? Hat sie mir gerade, hat sie mir gerade ein Autogramm? Oder läuft sie gerade irgendwas von mir? Was macht Candy Girl denn da? Candy Girl macht irgendwelche coolen Sachen, oder? So, aber, hey. Candy hat mir gerade auch richtig gut geholfen, oder? Hat mir Candy Girl gerade richtig gut geholfen, oder? Ich glaube schon, oder? Die haben mir zum Level Up geholfen. Sollte das vielleicht für eine beste Freundschaft, ne? Sollte ich da vielleicht eine Anfrage mal rausschicken, ne? Kann man das? Sammler Eggs. Achso, Autogramme. Sie sammelt AGs, ja. Alles klar. Also wirklich nochmal hier an Candy Girl. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich der Oberhammer, ja. Das ist echt mega cool. Ich mach das jetzt einfach. So. Wir fragen sie einfach mal, ne? Als Dankeschön, ja. Vielen, vielen lieben Dank, ey, an Candy Girl. Aber ich meine, ihr schreibt mir auch so viele Geschenke, ey. Ey, das ist ja... Ah, da müsste ich eigentlich jeden von euch wirklich gern als meinen besten Freund hinzufügen, wenn das nur gehen würde, Mann. Wenn das nur gehen würde. Guck mal, jetzt kann ich wieder Freundschaftsanfragen anführen. Von Mein Katz zum Beispiel. Oder Tiny Girl. Oder Crazy Casey. Oder Shacky. Oder von Real Movie Girl. Und... Oh, vielleicht kriegen wir jetzt alle drauf. Die Sandy, die Ellie. Die Katie. Baumi Corny. Und ein noch, die Yuki. Es sind alle drauf. Jawohl, Leute. Ich hab's geschafft. Es sind wieder alle Leute auf der Freundschaftsliste. Jawohl. Keine Freunde mehr. Ausstehend. Ich konnte jeden von euch draufpacken. Das ist ja der absolute Hammer. Das ist der... Machst du YouTube? Schreibt sie mir das? Oder wem schreibt sie das? Schauen wir hier mal den Chat. Achso. Ja. Ich drehe. Schau mal. Abonniert ihn alle. Was macht sie denn? So, hab ich dir was geschenkt. Du bist ja Uno. Was? Der YouTuber Number One? Bitte? Was? Was? Bitte was? 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 Ich hab doch ihre Freundschaftsanfrage gerade angenommen. Wir sind doch Freunde, oder? Oder? Wir sind doch Freunde. Oder? Achso, da hätte ich jetzt... Ich hab doch gerade die FA angenommen. Guck mal, was ich hier schon wieder für Nachrichten hab. Ist er da... Oh. Guck mal. Kaya. Kaya schreibt mir. Hey, ich hab gerade ein Video von dir gesehen. Ich fand dich mega sympathisch. Also dachte ich mir, schick denen mal eine FA auf. Gut Glück. Wenn du das liest. Wünsch dir noch einen schönen Tag. Mann, danke. Kaya? Kaya? Dankeschön. Ist mega lieb von dir. Vielen, vielen lieben Dank. Und auch danke an die Autogramme. Den Fame haben wir natürlich absolut nötig. Nimmst du auf? Schreibt sie. Lol, dein Outfit nimmst du auf? Ja. Oh, ein Gedanke. Ja, die Candy Girl. Hast mir gerade zum Level abgeholfen. Dann konnte ich neue Freunde annehmen. Nehmen. Danke. So. Sehr gut. Sehr gut. Candy Girl. Der Hammer. Ne? Hast du mega geil gemacht. Hallo, Peck. Ich liebe deine Videos. Und gucke sie jeden Tag. Mach weiter so. Liebe Grüße. Kim. Boah, Kim. Danke. Und voll viele Autogramme. Mann. Ihr seid echt... Ey, ihr seid so klasse. Dass ihr mich da so unterstützt. Und die AG schickt. Und da können wir Level abmachen. Boah, ich muss da mal irgendwas. Dafür verhaue ich mal, glaube ich. Für irgendeine Verlosung raus. Oder so. Ja. Ich sag schon. Ey, das rentiert sich. Ich verlos euch doch mal irgendeinen Scheiß. Oder sowas. Ja, das muss auf jeden Fall als Dankeschön sein. Finde ich echt cool. Nimmst du auf, liebe deine Videos. Schau mir gerade eins an. Warst du schon mal VIP? Nein. Äh, hey. Äh, ja. Kann ich. Sandra will mein bester Freund sein. Oh, Sandra. Ich weiß nicht. Das möchte ich schon selber. Genau. Schreib bitte. Normal schreibt man gerne. So. OMG, danke. Ja, habe ich gerne gemacht. So, die Freundschaftsverfrage angenommen. Geh mal auf rechts auf die Highscores. Da ist jemand Level 88. Ja, und? Hübsch siehst du aus. Ja, Dankeschön. Ich weiß, ich weiß. Niemand mag mich. Wow. Schau mal. Schau mal. Was ist Candy Girl? Einfach mal so. Guck dir das mal an. Candy Girl. Äh, ich glaube ich bin. Ey, was sie mir da raushaut. Candy Girl. Krass, Mann. Danke. Das ist einfach nur krass. Das ist einfach nur krass. Das ist einfach nur krass, Candy Girl. Wow. Wow. Jenny schreibt, hey, Peggy. Hey, Jenny. Heute mal wieder so ein bisschen so eine Chatfolge. Hey, wobei, wir könnten doch auch das mal streamen, wenn ich jetzt alles gemacht habe, was ich brauchte. Mein Katz will dein bester Freund sein. Die habe ich doch gerade erst die Freundschaftsanfrage angenommen. Und jetzt könnte ich ja mal hier Mr. Jonas. Boah, der schickt mir auch voll viele Autogramme hier. Also, wenn du streamst, dann wo streamst du dann? Habe ich nämlich geantwortet. Auf YouTube stream es. Nimmst du gerade auf? Ja. Peggy, wie geht's so? Mir geht's natürlich gut. Ich hoffe, dir auch, liebe Nina. Kannst du mir ein Autogramm geben? Na klar kann ich ein Autogramm geben. Warte mal, wie geht denn das? Wie geht denn das? Hier. Da, oder? Hier so. Bam. Hier, kriegst du ein Autogramm. Siehste? Krieg ich ein bisschen Fame und du gibst Fame. Da hau ich einfach mal ein Autogramm raus. Alter, der Feuerkopf haut mir hier Autogramme um die Ohren. Ich glaube, ich spinne. Da pfeifen mir ja die Ohren weg. So krasse Autogramme krieg ich ja von dem links und rechts. Patsch. Boah, dasselbe von Plumi. Oh mein Gott. Die sieht wirklich scary aus, Alter. Boah. Ich fütte dich mit AGs. Ich merke's. Ich merke's, Plumi. Dankeschön. Wow. Das ist echt der Hammer, ey. Das ist ja... Dankeschön, Nina. Nina, Dankeschön, ne? Das wünsche ich dir natürlich auch. Hoffe, du siehst dich in der Folge und freust dich ein bisschen darüber. Boah, da geht auch die Autogramme voll ab. Mann, ey, Jesse. Ich glaube, ich spinne. Jesse ist nicht dein Ernst. Boah. Wow. Jesse, vielen, vielen lieben Dank. Das ist ja wohl der absolute Hammer. Ich schaue deine YouTube-Videos. Ja, dreimal versucht. Irgendwann ist es angekommen. Habe gerade ein Video von dir geschaut. Und ich habe dich dann ein MSP gesucht. Ja, und Ellie, da bist du. Dann danke fürs Gucken und schön, dass du da bist. Dankeschön auch, Lucy. Kannst du meine FA nehmen? Ja, das habe ich gerade gemacht, Bitella. Die Shecky. Guck mal. Na, hey, na. Von 19 Stunden. Okay, die brauche ich jetzt nicht persönlich antworten. Hey, ich finde deine Videos mega lustig. Lass es nie von anderen unterkriegen. Bleib immer so, wie du bist. Du bist mega cool. Party Sandy. Danke. Schön. Danke. Danke. Ja, ich möchte auch. Guck mal, die Zahnvieh haut mir ja auch Autogramme um die Ohren. Zahnvieh, vielen Dank. Das ist ja wirklich absoluter Hammer. Ja, guck mal, die Crazy Cakey schreibt. Hey, du bist cool. OMG, hi. Dankeschön, Crazy Cakey. Hi. Na, dankeschön. Das ist voll lieb. Hallo, Peggy, schreibt Minecats. Na, hi. Kannst du mir ein WLG geben? Ich habe keine Ahnung, was ein WLG ist. Kannst du mich dann vorstellen? Ja, das mache ich. Minecats. Der Hammer, aber ich weiß nicht, was ein WLG ist. Happy Girl schreibt. Hey, hallo, na, Happy Girl. Bist du denn heute auch happy? Die Knuddelofi-Body bombt mich auch so zu mit Autogrammen. Findest du süß, wie du meinen Namen aussprichst. Wieso habe ich denn sonst einen Knuddelofi so heiß? Du doch, oder Knuddelofi? Ich glaube, das ist der einzige Name, den ich hier geben kann. Melina Sophie Rosa Leonie. Alles klar, das ist doch nicht dein Name. So kann man doch nicht heißen. Na, dankeschön für Autogramme. Diese Flügel sind immer mega. Ja, generell, das Outfit finde ich irgendwie schon ganz geil. Crazy Kiki schreibt, ich bin ein größer Fan. Mann, dankeschön. Das ist echt mega lieb von dir. Der Geilboy at Love hat mir 120 Fame beigebracht. Dankeschön. Die Fame nehme ich natürlich gerne an. I Shiteed? Genau, das hatten wir schon. Dankeschön nochmal für die Autogramme. Du bist voll witzig, Schatz, Juber. Dankeschön. Das ist voll lieb von dir. Kennst du Azul HD? Nö, kenne ich nicht. Macht mal doch mal Film in MSP. Ja, das habe ich vor. Das kommt als nächstes. Das machen wir alles bald, ne? Ich habe leider nicht so viel Zeit, aber wir machen das auf jeden Fall. Sunshine schreibt, hey Pecky, ich gucke deine YouTube-Videos, weil MSP für dich neu ist. Kann ich dir helfen? Wenn du etwas nicht verstehst, dann sag es mir. Ich kann dir helfen, da ich MSP sehr lange kenne. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du meine Freundschafts-Anfrage annimmst. Habe ich doch schon gemacht, liebe Sunshine. Neue Auge schickt mir auch Autogramme ohne Ende. Dankeschön, Mann. Das ist ja echt der Hammer. Geile Frisur. Coole Haare. Kann ich dir nur zurückgeben. Richtig, richtig coole Haare. Wie ich in echt fahre, ja? Hey Pecky, ich liebe deine Videos. Mach weiter so. Dankeschön, liebe Horse Love. Vanessa Fuchs schreibt, hallo, du bist der Beste. Dankeschön, Vanessa. Ihr seid die absolut Besten. Elsa schreibt, hallo. Na, hallo, Elsa. Ich glaube, ich habe dir ein Geschenk gemacht. Ja, das kann schon sein, liebe Delisa Amy. Das, glaube ich, habe ich auch schon angenommen. Danke immer für eure Geschenke. Das ist ja wirklich der Hammer. Wann machst du immer deine Videos? Du bist vielleicht der coolste und ich würde dich so gerne abonnieren. Aber es geht nicht. Warum geht das denn nicht? Drück doch einfach drauf. Ein Autogramm von Nisa. Dankeschön, Nisa. Hey Pecky, ich mag deine MSP-Videos. Bitte, nehme meine Freundschafts-Anfrage an. Na klar, habe ich doch gemacht. Boah, Mann, sind das viele Unterhaltungen. Danke, Desinfection. Hast du Musik-Hally? Nein, habe ich nicht. Boah, ich mache dir ein lustiges Geschenk. Kannst du das bitte öffnen? Klar, kann ich. Habe ich doch. Annehmen und vorstellen. Ja, Denise Loll hat mir geschrieben. Ja, die habe ich natürlich angenommen. YouTube. Du bist der beste YouTuber. Deine Videos sind lustig. Ich finde deine Stimme mega lustig. Dankeschön. MiaLia. Ey, es ist echt, das sind so viele Leute. Es ist einfach der Hammer. Danke, ey. Musst führen. Hey Pecky, auf welchem Server bist du in SSO? Kann dir ein Boom-Must führen können nicht? Girl, heiße Dina Summer Street. Was? 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 Ich habe nichts verstanden, was sie da gemeint hat. Aber schreib es mir nochmal. Dankeschön. Ja, Larissa, ich nehme es für YouTube auf. Aber komm, das ist schon zwei Tage her. Ich war jetzt länger nicht online. Guck mal, Emmy schreibt. Oder Emma. Hoi, Pecky. Du bist einfach so nice. War leider mal eine längere Zeit nicht mit dabei auf SSO und so weiter. Aber jetzt bin ich wieder fleißig dabei. Danke, dass du deine True Show so gut unterhalten kannst. Liebe Grüße. Dankeschön. Dankeschön, liebe Emma. Oder Emmy. Hab dich lieb, schreibt sie. Sowas schon geil, deine Videos. Mann, Dankeschön. Glitzerscharf. Bruce schreibt. Hey Pecky, du bist echt ein toller Typ. Ich schaue deine Videos total gerne. Dankeschön. Ketchup Girl schreibt. Hey nochmal, danke, dass du ein YouTube-Video von dir im Namen gesagt hast. Schon mal eine Nachricht von vorher. Aber YOLO. Lass dich nicht von meinem Outfit gruseln. Nein. Ist zwar schon ganz schön creepy, aber das passt schon. Hast du ja schon bei jemandem, der nur so eine Gruselmund hatte. Ja, dieser Gruselmund ist schon richtig, richtig creepy. Hey, Pecky-Knutsch-Face. Ich finde dich echt cool. Ich würde mich freuen, wenn du meine FA nimmst. Hab ich doch. Hab ich doch. Army. Ist mein Spitzname. Die Army. Deleted User. Oha. Ist der dann wirklich weg oder heißt der nur Deleted User? Hä? Die Minecats. Das ist doch bestimmt derselbe. Das ist doch, das ist doch, das ist doch derselbe, oder? Das ist doch bestimmt derselbe. Marie. 1, 2, 3, LOL. Oh, ich war in deinem Video. Danke. Ja, klar. Ach so, die alle. Ah, Aricella Friendhill schreibt. Hey Pecky, du machst coole Videos. Ich freue mich immer wieder MSP oder SSO aufnimmt. Heißt du denn? Aricella Friendhill bin auf Server 1. Aber ne, mach weiter so. Bleib wie du bist. Bei Fragen kannst du mir gerne schreiben, wie deinen anderen 100 Leuten. Mein Haupt, die heißt übrigens Fentel. Äh, Aricella Friendhill. Dankeschön, Aricella. Ist mega lieb von dir. Und immer, wenn ich Hilfe brauche, dann frage ich hier im Video. Und ihr helft mir dann bestimmt ganz gerne, ne? Dankeschön, auch hier an Masks. Auch nochmal hier für die Sachen vorher, ne? Dankeschön. So, ihr schickt mir Autogramme. Ich danke dir. War ich im Video? Ja, du bist jetzt auch im Video, Jana. Hi, Pecky. Ja, hi. Hey, Pferde sind cool. Ja, Pferde sind richtig cool, ey. Hi, Pecky. Hallo, Leonie. Der echte Pecky 1-1. Lol. Guck mal, guck mal, wieso. Ja? Das ist ja schon wieder, 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 wieder total krass. Mal schauen, was denn seine Bio drin hat. Will doch nur Aufmerksamkeit, oder? Ich wette, er will nur Aufmerksamkeit, ey. Das ist bestimmt irgendjemand anders. Sorry für die anderen, die mich mochten. Aber der Zeitpunkt ist gekommen. Ich werde mich löschen. Ja, dann löscht dich. Ja, dann löscht dich. Dann löscht dich doch auch. Dann löscht dich doch auch, Mann. Dann löscht dich doch auch. Löscht dich mal. Aber er hat mir ein Autogramm gegeben für 30 Filmen. Nice. Finde ich cool. Emily. Dankeschön. Alter. Die bombt mich auch so zu mit... Ah, GSA. Emily. Der Hammer. Boah, das ist so cool von euch, Mann. Ich packe das... Larissa hat das ein oder andere Mal hi gesagt. Ja, hi. Hi, Larissa. Hey, Bibi. Was? Hey, Bibi, Bibi. Und freue mich, wenn du mir folgst. Ich kann... Sag dir, wie du umsonst VIP werden kannst. Bibi loves you. Ich kann dir... Was? Was hat das... Was hat das bitte mit Bibi zu tun? Ah, Dankeschön für die Autogramme. Peggy, du musst unbedingt mehr mit deinem Bruder aufnehmen. Ihr zwei kompensierte Hammer. Ja, das würden wir sehr gerne. Das können wir aber leider nicht, weil der sehr weit weg wohnt von mir. Ähm, Peggy, ja. Hi, der Peggy-Fan. Na? Na? Kim hat mir ein Autogramm... Boah, Kim haut mich auch so mit Autogramm zu. Das ist ja wirklich der Oberhammer, Mann. Kim, ey, danke. Das ist ja echt... Guck mal, wie viele Nachrichten es sind. Das ist ja... Das ist ja einfach mega krass. Ich habe jetzt mal eine Woche nicht MSP aufgenommen. Dankeschön, Dark Jennifer, für die vielen Autogramme. Es ist unnormal mit euch. Das ist einfach... Was hast du denn an? Wie wäre es mal mit einer Hose, Mann? Hä? Ich glaube, die habe ich sogar angenommen, oder? Die Freundschaftsanfrage. Sind wir denn Freunde? Äh, nicht erneut nachfragen. Ich glaube, dann sind wir Freunde, oder? Ich habe keine Ahnung. Sehe ich das hier? Candy Girl. Ne. Warte mal, das ist aber bester Freund. Ah Mist, jetzt war ich... Wo war ich denn hier in den Nachrichten drin? Wo war ich denn jetzt? War ich hier richtig? Du kehrt mein Autogramm gegen Candy Girl. Was, was, was? Yuki, ey, das habe ich doch gerade schon gesehen. Wieso schreibst du mir nicht? Warum soll ich hier schreiben? Ja, Entschuldigung. Ja, ne? Aber mich hier anmeckern. Boah, ich habe so einen rauen Hals. Ich schreibe dir doch. Und jetzt, ja? Paula. Jetzt bist du auf YouTube, Mann. Und krasse Musik im Hintergrund. Und danke für die AGs. Und die meinen Ketzel. Ich würde mich freuen, wenn du antwortest. Pekki, ich liebe deine Videos. Ich bin ein größer Fan. Die ganze Welt. Sie wird sich über ein AG freuen. Dann schicken wir dir doch ein AG, oder? Was, ich kann nicht? Oha, ich muss 50 Minuten warten. Ich glaube, ich muss VIP-Mitglied werden. Ich glaube, ich muss VIP-Mitglied werden, Leute. Hallo, Peggy. Ich liebe deine Videos. Würde mich über ein WLG freuen und ein AG. Ich habe keine Ahnung, was ein WLG ist. Ich frage sie mal. Was ist ein WLG? Und ich wollte hier noch jetzt weitermachen mit den, mit den, mit den, hier, ne? Schau mal, das ist immer so schwer, wenn dann zwischendrin wieder geantwortet wird. Alter, habe ich noch viele Post hier? Das gibt es doch nicht. Ich bin vom Stream, Stefan Buchmann. Ja, hallo, der Peggy-Fan. Na, alles klar bei dir? Peggy, alter Freund. Hallo, Topmodel. Na du, wieso alter Freund? Erklär mir das. Erklär mir das doch. Ich gucke deine YouTube-Videos. Ja, geil, Selin. Das finde ich cool. Dankeschön. Ich feiere deine Videos. Ich kenne deine Videos. Oh, Ikana. Boah, danke für die Autogramme. Das ist der Hammer. Boah, ihr seid einfach so mega. Ich komme jetzt gar nichts mehr. Traubenzucker, ey. Dankeschön. Unki, ich bin ein Fan. Du bist dein YouTube-Videos. Cool, dankeschön. Geil sind sie. Peggy, da habe ich ja schon mal geschrieben. Ah, das ist Holly. Ja, klar. Holly Goldforce, ey. Ich bin eigentlich Emi-Herz. Und ich kann dir leicht helfen. Also, Emi. Cool. Übrigens. Ich spiele auch SSO. Das dachte ich mir schon, dass die meisten MSP-Spieler auch SSO spielen. Na, LaFee, mir geht's super. Boah, siehe Pastel. Helf mir Level Up. Das ist ja wohl der Hammer. Mega geil. Dankeschön, Pastel. Äh, Pastel. Mountainstar. Was? Umgedankt, dass du meine Nachricht vor YouTube gelesen hast. Ich fühle mich irgendwie berührt. Ich liebe dich. Ich habe auch SSO. Heißt das? Savanda Mountainstar. Ich glaube, du spielst sogar auf meinem Server, oder? Ich dachte schon. Hey, ich habe gerade das Video gesehen, wo du dich bedankt hast, aber es rumgebugt hat. Wollte nur bitte sagen. Und PS, heiße Liz und nicht Lizzie. Okay. Okay, Liz. Nebenbei, du bist ein ganz netter Mensch. Dankeschön, Liz. Das ist mega lieb von dir. Wow. Guck mal. Hier nochmal ein langer Text. Und wegen den Geschenken, die kannst du immer sehen, welche sind bla bla bis zum Chat. Viele Spieler, sonst keine Grauschen. Was? Ein kleines graues Geschenk. Und machen wir vielleicht die Sachen auf deine WL. Ah. Ich habe eine WL. Ich habe eine Wunschliste. Jetzt muss ich es doch genauer leden. Wenn du vielleicht zum Chat, wenn du viel zum Chat gehen willst, Spiele spielen willst oder so, dann so ein kleines graues Geschenk und mach WL. Was heißt denn WL? Was heißt denn das? Was heißt das vielleicht mal oder was? Vielleicht kürzt man VLT ab. Aha, Wunschliste. Das geht gar nicht einfach. Du gehst auf Shopping und dann auf Kleidung. Korb und dann. Ah. Ah. Schwarzes Golder Nacht. Dankeschön. Ich werde das beim Shopping beachten und Sachen auf meine Wunschliste setzen. Das ist ja der Hammer. Hey, Peggy, kannst du mich Dolphins grüßen? Natürlich. Ach, die Eve. Hä? Die Linea ist das. Linea. Ja. Klar. Ey, Linea. Geil. Dann Grüße von mir und von Linea an den Rest der Dolphins. Das ist ja der Hammer. Wie man hier alles in MSP wieder sieht. Oh, Dankeschön, Blaues. Das ist so mega süß von dir. Sie hilft mir Level Up. Und deine Videos sind cool. Spiele auch SSO. Das ist echt geil, Hannah. Dankeschön. Ich mag deine Videos. Dankeschön, Amy. Äh, lustiges Outfit. MSP-Girl schreibt, machst du auch mal MSP-Livestream? Ja, mache ich. Ich kann gleich nicht mehr reden. Wir beenden hier die Aufnahme, Leute. Meine Stimme kackt einfach ab. Und es sind noch so viele Briefe. Es sind noch so unendlich viele Briefe. Es sind noch so unendlich viele Briefe. Ich werde sie alle beantworten. Aber erst in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Danke fürs Zugucken. Und tschüss.